ja herzlich willkommen zu einer neuen runde fishing planet heute mal mit den verschiedenen bierstübchenmitgliedern hier angeln einfach mal so uns so ein bisschen einfach ein bisschen mischigen ein bisschen muskies der eine angelt ein bisschen bachforelle hechte zander alles war geangelt und dann wünsche ich euch viel spaß bei der kleinen small talk runde in fishing planet im bierstübchen alles klar viel spaß jetzt ist mal wieder gut jetzt ja jetzt unterhalten wir uns über ein anderes thema und zwar war deine mutter eine schwester die eventuell single ist 3 aber alle vergeben hallo user wer ist da gekommen der grubel hallo 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 der des klasse nach der umgebung die ja genau oder bäckerei fachverkäuferin die irgendwie single ist oder so äh vielleicht ist deine schwester hallo ne na also das geht schon mal gar nicht hallo hallo merkst du das äh sebastian die mobben mich alle die nutzen was nein ich bin nur hier ich bin nur hier weil die mich alle ausnutzen wollen das krieging überhaupt nicht das ist unser aufnahmeritual was du gerade durchschreitest. Da muss jeder Neue durch. Ja, genau. Weil ich ja auch. Okay, gut. Ich merke schon, ich bin wahrscheinlich so Neue, dass ich noch nie mit euch geredet habe. Ja, in diesem Kreis, zusammen, so richtig, genau. Nee, aber erst mal ganz ehrlich gemeint, ohne Scheiß, du bist mir schon wirklich jetzt in diesen Dreiviertelstunde oder so sind wir jetzt hier im Chat, bist du mir echt super sympathisch. Es gab hier schon andere. Wo ich Augen gerollt habe. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, ohne Spaß. Nee, passt schön. Hille? Nur gut, dass keiner sehen tut, wie du lügen tust. Nein. Meint mich wirklich ernst, Robby. Ohne Scheiß. Danke. Nehme ich jetzt mal als Kompliment. Ja, warte. Kannst du machen. Und ich bin derjenige, der dir auf den Blink hier guckt. Ein Cola Glas, ja? Ja, ich war's das ja. Es ist immer ein Glas, nicht Cola. Cola krieg ich da nicht. Das stimmt. Cola, boah. Ich weiß gar nicht, wie kann man sowas überhaupt trinken. Ach, du trinkst keine? Na, ich trink das einzigste, was ich trink, ist Wasser ohne Kohlensäure, Milch und Tee. Aber Milch ist nicht gesund. Ja, nicht so viel, das richtig. Na ja, ich trink's aber, also, sie schmeckt halt gut. Ich mein, dann noch schön viel Fett in der Milch, boah. Hm, nicht so viel. Wie viel? 3,5 Prozent. Oh ja. Ja, also, wenn du jetzt zwei Tassen am Tag trinkst, Milch ist es okay. Aber dann, mehr sollte es auch nicht sein. Ey, das ist nicht gut für die Knochen. Wirklich, die sagen alle, das ist gut für die Knochen, es ist gelogen. Aber das leimt den einfach gut, aber. Nee, ähm, das ist, ich trink's ja auch nicht hauptsächlich. Ich trink das ja, manchmal trink ich einfach so, wenn ich hier sitze, im PC, und mit Sebastian quatsche, zur Beruhigung, trink ich dann immer so ein, trink ich dann immer so ein Glas Milch. Warme Milch. Warme Milch mit Honig. Das ist das Beste. Ja. Nee, das Beste nicht. Nee, das Beste ist es nicht, stimmt. Aber danach ist es gut, ne, warum wir nicht mit Honig sind. Also, ganz ehrlich, das Beste, was ich getrunken hab, ähm, getrunken bin ich. Vom Geschmack her, war von Monster, und zwar heißt es Punch. Äh, im limitierter Auflage gewesen. Nee, weiß nicht. Doch, das war richtig lecker. Du mit deinem Weiß, trinkst immer nur Weiß. Weiß, weiß. Scheiß, Rassist. Kannst alles rein tun, ne? Nee, also das Weiße schmeckt auch sehr gut. Allerdings, was mich daran stört, ist, dass es No Sugar ist, und dass da, äh, Aspartam drin ist. Merk schon, ihr kennt euch alle mit weißem Zeug aus. Mit was für Zeug? Aspartam. Weißem Zeug. Mit weißem Zeug, ja, also von der Weite her. Hm, hm, hm. Ach, Leute. Boah, ist ein Zeug. So, da wir jetzt gerade eben, seht ihr das, das ist jetzt, das ist jetzt eine künstlerische Pause, die wir gerade eingelegt haben. Und jetzt muss irgendein, und jetzt muss irgendein neues Thema angesprochen werden, von irgendjemandem. Möchte das jemand übernehmen? Ja, der Daniel Bieses möchte das gerne. Nee, der andere Daniel, weil den habe ich auch noch nicht so oft gehört. Gut, dann, ähm, Daniel, äh, du hast jetzt eine Minute Zeit. Ähm, die Zeit läuft ab jetzt. Bitte starten. Nö, später. Später, das ist ein gutes Thema. Äh, ich habe das jetzt hier 8.05 Uhr. Es ist zu spät, um Backburg werden zu fahren. Habe ich recht? Ja. Ach ja. Keine Ahnung. Von 5 bis 8 war das, ne? Ja. Also ich hatte... War ja 5 bis 8, ja, ja. Und andere Zeiten hattest du nicht, bei Wolke oder Mischwetter? Nö, der, äh, es gab zwar noch ein paar andere Guides, die das zu einer anderen Zeit beschrieben haben, da habe ich aber leider keinen Erfolg gehabt. Aber die weiß ich jetzt auch nicht mehr, die Zeiten. Ja, mach das, ich teste einfach mal. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade auch 0 Erfolg mit den, äh, Forellen. Ich kriege gerade gar nichts. Einen habe ich gefangen. 5,29. Einzigartige Bachforelle. Mhm. Was hat die denn gebracht? Da wollen wir doch mal kicken. Die hat gebracht, 11 Gold und 1554 Was, 11 Gold, ja? Wow. Nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Ja, auf Sonne halb sieben, gar nichts läuft. Sonne halb sieben, da kannst du auch Muskie gehen. Ja, ich war da in einem Leuchturm gerade, da ist auch nichts los. Ne, Muskie meine ich. Also wie, dann, hä, die großen Elfen, hä, da hab ich gesagt. So, ich bin mit Wolke und versuch jetzt ab 8 Uhr. Okay. Robby, wo angelst du jetzt? Wo war das? Ähm, ich bin Colorado. Ähm, im Falcon Lake heißt das, glaube ich. Falcon Lake, genau. Das ist der, mit dem Wasserfall, ne? Ne, Rocky Lake bist du. Ja. Rocky Lake. Rocky Lake, ja. Du hast recht. Sorry, sorry. Ist gut, ist gut. Halt ich dem Sinn. Also, Oregon oder Colorado. Ne, Colorado. Hier hat jemand, hier hat jemand eine 2 Kilogramm einzigartige Heistung. Oha, das ist schon, das ist schon das Schweres. Was der Fall ist Oregon. Also, so eine große hab ich auch noch nicht gefangen. Ich wollte mal, ich könnte mal schauen, was meine größte ist. Also, also in der besten Liste steht irgendwas mit 2,1. Einzigartige Regenbogen. Okay, ich nehm alles zurück. Wie schwer war deine? Ne, stopp. Das ist ne einzigartige Regenbogen. Halsabschneider musst du gucken. Ja. 1,764 ist mein größter. Mhm. Ich hab irgendwie mitgekriegt, mit dem, mit dem Crankbait, die Muskies geht nicht mehr so gut. Ne, ich mach jetzt grad mit dem Medium Spoon. Aber mit dem Crankbait, mit dem Crankbait hab ich jetzt, der schleift nur am Boden rum. Selbst der 3,5 Meter. Ach. Haben die das jetzt irgendwie flacher gemacht, oder was? In Wirklichkeit. Ich steh, ich steh. Vielleicht musst du langsamer ziehen jetzt, anstatt auf 2 noch ziehen auf 1. Hm. Ich weiß nicht, dass wir das geändert haben. Ach so, das kann sein, dass ich jetzt zu schnell gezogen hab. Du schnell ziehst. Das kann sein, ja. Nur nur Ideen. Nö, richtig. Man sucht nämlich diese Fehler immer selbst erst mal an sich, ne? Ja. Was? Du gehst total falsch an. Du gehst total falsch ans Leben ran. Ja, genau. Man soll immer erst die anderen bewegen, ne? Da, der Desperato. Hallo, Micha. Hallo, Micha. Der Mutsmann ist da. Oh, heilig auch. Aber, aber, aber. Ich hab's gegessen. Micha? Ja. Aufpassen. Ich hab's gegessen. Ja. Und deine Frau? Was? Und deine Frau auch. Ach so. Du, Micha, aber aufpassen. Aufpassen, ne? Aufpassen. Ja, das geht voll aus Fress hier, weißt du. Micha, wir haben uns... Hast du half gewaschen? Wir haben uns für Michigan entschieden. Hey, Micha, ich muss aber auch sagen, du hast auch ne ganz schöne Stimme. Oh ja. Und ich bin, die ist sehr anziehend. Was denkst du, warum ich hier immer im TS bin? Deswegen hab ich mir immer die ganzen Nächte mir um die Ohren gehauen, damit ich mit Micha reden kann. Jetzt schleimt hier alle nicht. Das ist echt, wenn man hier Likes verteilen könnte... Oh, da hat ein Zander gepackt. Wenn man hier Likes verteilen könnte, dann wär Robby hier auf das Eis, ey. Oh, Merde. Wir haben vorhin mit Robbys Mutti gesprochen. Hm. I. Ja, die heißt... Da passt mein Beuteschema oder was? So ungefähr, ja. Da hab ich dann abgeklärt. Ich glaube, die ist schon vergeben an Tampi. Nee, ich hab doch gesagt, ich will da nicht Zwischenfrau. Ja. Und Jacqueline? Wir hören zusammen. Forever. Das kann man einfach nicht... Da darf man nicht dazwischenfrau. Ich halt meine jetzt raus. Ja, passt hier mal, Beuteschema. Ja. Aber da ist Franky dran, weil Franky kommt über nach mir. Ja, wir können hier zusammen hinfahren, bis wo, was ja. 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 Bin dabei. Bin dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.